Was geht ihr Bitcoin-Banausen? Willkommen zu einer neuen Folge hier bei HotoBitcoin. Heute mit dem Thema, wie verdiene ich 1200 Euro oder mehr im Monat mit einem Mining Rig mit eurem eigenen, möchte ich euch heute zeigen und zwar mit dem Mining Tutorial, was ich euch heute vorstelle über 0x Bitcoin. Also bleibt dran. Mal kurz zur Rechnung, ich nehme mal ein bisschen was hier vorne weg. Ich habe das anhand von 6 GTX 1080 genommen und wenn man hier auf Kalkulieren drückt, ich nehme jetzt erstmal die Brutto-Werte, ohne jetzt viel zu rumzuaktieren. Wir würden hier mit dem Lyra-Algorithmus auf 12,52 kommen pro Tag, was an sich jetzt auch nicht schlecht ist, aber es geht schon deutlich besser, denn hier, wir haben hier mit 0x Bitcoin einen Coin, der jetzt in den letzten Tagen sehr stark gestiegen ist und sehr, sehr profitabel ist und ja, so eine GTX 1080 würde hier bei diesem Algorithmus 1200 MHz machen pro Sekunde. Wenn wir das mit 6 multiplizieren, wären wir hier bei 7200 MHz pro Sekunde, haben eine relativ hohe Profil von 5% und eine Versagensrate von 2%, das heißt also 93% sind wir effektiv dabei, würden aber hier trotzdem im Moment 310 von diesen Coins bekommen und wenn wir das jetzt einfach mal mit 4,21 rechnen, wären wir hier bei ungefähr 1200, 1300 Dollar im Monat beziehungsweise 1200 Euro im Monat und das ist natürlich super. Und wie das geht, zeige ich euch jetzt. Gucken wir uns erstmal hier die Präsentation an, das müssen wir ein bisschen hoch, habe ich jetzt gar nicht zurückgesetzt, Verzeihung dafür. Fangen wir ganz normal an hier mit der 0x Bitcoin Mining Anleitung, also wie man mit eurem PC beziehungsweise meinem RIG 0x Bitcoin schürft. Ganz einfach wie immer ist es hier mit den Voraussetzungen, die dedizierte Grafikkarte braucht ihr natürlich wie immer ein Wallet, ein Pool und auch die Mining Software. Fangen wir doch direkt mal an mit den Empfehlungen. Hier ist es leider wieder so, für die, die AMD Grafikkarten haben, ist es leider nicht so profitabel, deswegen habe ich hier die RX 580 genommen, weil sie vom Preis-Leistungs-Verhältnis immer noch am besten ist. Ansonsten die GTX 1070 ist sehr gut oder die GTX 1080, aber auch natürlich die kleineren Modelle wie die GTX 1060 sind sehr gut dabei. Wie gesagt, GTX 1070, 1080 haben hier auch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Link ist erstmal unten in der Beschreibung da. Ja, die Wahl einer Wallet ist hier ein bisschen schwieriger, da ihr nicht vergessen dürft, es ist wirklich der erste Coin überhaupt, der ein ERC20-Token ist und zudem abbaubar ist. Also wirklich sehr, sehr innovativ liegt daran, dass halt dieser 0x Bitcoin sozusagen das Beste von Bitcoin nimmt, auch das Beste von Ethereum und das zusammengewürfelt hat, also trotzdem meinbar, abbaubar ist. Und hier ist es so, es gibt keine richtige Wallet, denn eure Ethereum-Adresse ist letztendlich eure Wallet. Und um euch das mal ein bisschen zu zeigen, für die, die jetzt Probleme haben, die sollten sich einfach ein Ledger-Wallet Nano S holen, denn da wird auch direkt eure ERC20-Token gespeichert. Ansonsten auf MyEtherWallet einfach mal eine neue Adresse anlegen und eintragen, was ich euch jetzt zeigen werde. Hier ganz wichtig, keine Exchange-Adresse von eurer Ethereum-Adresse eingeben, da diese kein Support bietet. Das heißt also, wenn ihr da Tokens drüber sendet, die werden hier nicht angenommen, das ist noch ein bisschen problematisch, da auch der Coin noch relativ neu ist. Also ich glaube am 6. Februar wurde hier gestartet mit vier Monaten. Die brauchen einfach ein bisschen länger, um diesen Token hier einzufügen. Ja, und wie das geht beim MyEtherWallet, zeige ich hier nochmal kurz. Ich kann auch gerne nochmal ein Coin-Review darüber machen. Müsst ihr mir einfach mal in die Kommentare schreiben, für die das jetzt unverständlich ist oder kein Ledger-Wallet Nano S haben. Ja, auf MyEtherWallet ist ein Ethereum-Account öffnen, bei Token-Balances auf AddCustomToken drücken, Token-Kontrakt-Adresse eingeben, Token-Symbol und Dezimal und dann habt ihr das hinzugefügt. So, wie gesagt, alles unten in der Beschreibung, werde ich jetzt nicht weiter darauf eingehen. Zur Wahl eines Pools hier ein bisschen interessanter. Die Fees sind nämlich wirklich wahnsinnig hoch, aber sie waren sogar noch ein bisschen höher mit 7 und 10% früher. Hier habe ich mich für den WolfPool.io entschieden mit 5% Fees, einfach aufgrund dessen, da er die größte Hash-Power hat zurzeit. Ansonsten gibt es noch den 0x-Mining-Pool oder Toasty.ro, der in der EU liegt mit nur 4% Fees. Da könnt ihr euch ja überlegen, was er hier benutzt. So, zum Algorithmus selbst, habe ich schon gesagt, aber es ist eine Abwandlung von Bitcoin. Deswegen gibt es hier einen modifizierten Schad256-Algorithmus, der relativ core und powerintensiv ist. Hier sind meine empfohlenen Grundeinstellungen im Speichertakt gar nichts zu verändern, da es wirklich gar nichts bringt. Und euren Kerntakt ein bisschen hoch zu schalten, also bis zu 150. Ihr könnt auch erstmal mit 100 anfangen, je nachdem, wie stabil es bei euch läuft. Und beim Power Limit könnt ihr ja 70 bis 75% wäre hier zu empfehlen. Ist ein bisschen mehr als was ich sonst nehme, aber damit könnt ihr auf jeden Fall hier noch ordentlich meinen. Ja, empfohlene Software, MSI Afterburner, sollte euch was sagen, gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. So, weil der Mining Software auch hier wieder ein bisschen schwieriger ist. Es gibt hier für Nvidia den Cosmic Version 3.4 mit 1% Fee, der relativ einfach noch zu verstehen ist, zeige ich euch gleich. Oder Envy's Token Miner für AMD, der auch zu empfehlen ist mit 1% Fee. Ich habe hier noch den 0xbit-Körmann, der ist relativ alt, wird auch nicht mal weiterentwickelt. Deswegen hier keine Empfehlung von mir. Könnt ihr natürlich auch nehmen, ist ja immer eure Wahl. So, zur Mining Software selbst habe ich hier einfach mal geschrieben, herunterladen, Instruktionen folgen und profitieren. Wie das jetzt geht, zeige ich euch jetzt mal direkt live. Und zwar habe ich mir, wie gesagt, den Miner mal runtergeladen, diesen Cosmic Miner Version 3.4. Und natürlich entpackt, müsst ihr natürlich über Winra oder so ähnlich entpacken. Und jetzt ist es ein bisschen anders, denn wenn ich jetzt hier auf Enter drücke, kommt jetzt erstmal gar nichts und es wird gar nichts gestartet. Und dann seht ihr hier einfach nur, hä, was mache ich? Es ist, wie gesagt, ein sehr proprietäres System hier, aber an sich auch gar nicht so schwer zu verstehen. Einfach mal auf Hilfe drücken, denn man hat ja keine Ahnung, was es geht. Und geht jetzt mal ganz kurz auf die Punkte ein. Account Balance sollte klar sein, das heißt also, wie viel ihr schon abgebaut habt. Aber ihr braucht natürlich erstmal einen Account. Und dazu gebt ihr einfach mal Account Select ein. So, und kopiert euch eure persönliche Ethereum Adresse jetzt hier rein. Das heißt also, ich gucke mal, ob ich meine noch habe hier. Genau, die hätte ich dann hier. Kopiere ich mir. Und kann ich mir dann hier einfügen, ne. Und dann drückt ihr einfach auf Enter. Werde ich das nicht machen, weil sonst mein Private Key gezeigt wird. Das mache ich mal lieber nicht. Und dann habt ihr erstmal euren Account, euer Konto angelegt. Contract List ist voreingestellt auf 0x Bitcoin. Da müsst ihr nichts verändern. Auch bei Config List brauche ich gar nicht mehr darüber eingehen. Wir sind aber jetzt hier beim Pool Select, beziehungsweise bei der Pool List. Das heißt also, was gibt es für Pools, in denen ich meinen Kanten, wie ihr sehen könnt. Ich habe genau den Wolf Pool hier ausgewählt. Werde jetzt hier nochmal zeigen, wie das geht. Und einfach müsst ihr hier auf wolfpool.io gehen. Wie gesagt, Link in der Beschreibung. Dann geht ihr wieder hier drauf und gebt jetzt einfach, ich habe schon den Befehl vergessen. Wir geben Pool Select ein. So. Und kopieren uns hier den Wolf Pool rein. Und dann drückt ihr auf Enter. Und dann habt ihr auch euren Wolf Pool ausgewählt. Und jetzt habt ihr sowohl einen Account als auch einen Pool ausgewählt. Das einzige, was ihr jetzt noch machen müsst, ist einfach zu meinen. Und auch das zeige ich euch. Hier einfach Pool, mein Cuda eingeben, auf Enter drücken. Ich werde jetzt mal kurz leise sein. Ich hoffe, dass das Video jetzt nicht abbricht, weil meine Kabel gerade jetzt auf 100% laufen wird. Also, bis gleich. Und wie ihr sehen könnt, so wird abgebaut. Ja, und das soll es auch erstmal mit dem Video gewesen sein. Für die, die jetzt hier neu eingestiegen sind. Hier, ich habe auch eine Webseite, wo ihr gezeigt bekommt, wie man ein Mineric zusammenbaut. Auch würde ich mich hier immer mal über eine Donation freuen, über eine kleine Spende. Wie gesagt, ist alles freiwillig. Ist in eurem Ermessen. Ja, und ansonsten soll es das gewesen sein. Ich hoffe, ihr macht damit ordentlichen Profit. Mein, solange es noch geht und solange es noch so deutlich mehr profitabel ist, als das, was hier auf Word2Mine angezeigt wird. Haut wirklich in die Tasten. Lasst mal euren Mineric ein bisschen scheffeln. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt mir ein Like nach oben. Und man sieht sich beim nächsten Mal wieder.